das ist ein paar Jahre hier ist eine geile Runde für euch Leute, was soll man denn dagegen machen wenn alle killgeist sind? Mann, es ist ja tot! Ja, Flore, stell vor, alle Leute gegen hier sind killgeist, was hättest du gemacht? Oh Gott, kill! Also, äh, am besten ein bisschen überleben. Leben, wenn wir killgeist sind und direkt ein Kill, was soll man denn dagegen machen, das meine ich ja nicht. Da muss ich erst ausdauern geschossen werden. Alter. Wow, wie willst du das verhindern dann? Ähm, ich hab ein bisschen. Links von dir ist noch ein Lootwop, links von dir. Ich weiß, ich weiß. Alter. Oh, scheiße! Nee. Oh, doch, doch. Rechts von euch, rechts von euch auf den Berg. Alter. Flore, stell vor, dass einfach ein Minigun noch drin ist. Ich will einen Lootwop neben euch. Ich baue bitte zum Dings rüber. Zum Lootwop, rechts von euch im Berg. Warum? Glaubt mir nein. No, nein. Es ist nicht der Raum, der Z窄 au丈夫, die sind in der Rackete rein. Hau았어요. das ist ja noch im Sandflug zu uns zu uns die müssen nicht die müssen nicht der Berg ist in der Zone Leute der kommt ich höre Schritte das bewegt sich ich bin nicht nein das sind andere Schritte das ist Robin nein und bei den Häusern unten da ist noch einer wie kannst du da bitte ich hab die Schrechte gehört da unten ist jemand mit Jumppad ist er wieder hoch geflogen zum Berg hoch ist jemand mit Jumppad von unten wo die Häuser sind da ist ein Jumppad und die ist er dagegen die Teamate von den anderen die sind die letzten Leute das sind die letzten Leute die letzten nur warte komm ich nehme auf die Sniper und verleiht oh mein Gott wo sind die auf den Berg der wird kein Puscht der wird kein Puscht glaub ich oder kann sein das sind zwei und dann sind noch leben noch fünf also drei meine ich hab keine Sniper Schüsse mehr nicht ich geb dir ich hab 90 40 hab ich dir gewinnen okay dann passt soweit ich glaube wie viel hast du die sind weg 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 die bauen direkt immer oh hinter nimm uns hinter euch nein ich wollte ihn grad abschießen nein ich wollte ihn grad abschießen nein Leute lauft weg Flo lauft weg komm wenn du es jetzt noch gewinnst dann dann ach keine Ahnung ja nein Flo hast du irgendwas zum heilen dann können die Lootwop und Midi ich schaff das zu dir Flo Flo ich will ganz unten und kannst mir helfen ja ja komm sie gleich oh mein Gott oh mein Gott und mir die Snipermonie und die Pump ja das ist meine Pump ich lass mir die Zone ein bisschen hier hier das war so ne geile Runde nein kommts packt hier hast du Verbände oder sowas? nein fuck ich hab alles an ich hab alles an kommts packt hier Leute noch fünf Leute lass dir erstmal Dings kämpfen gehen geht in die Zone weiter hinein in den Holzern vielleicht dann ist es gut hast du hast du Stundebemolition? ja 370 passt auf da hast du ne Falle Flo du hast ja auch ne Falle bekommen platzi die direkt auf ich hab auch noch eine zwei eben nicht egal ähm kannst du mir kannst du mir Stundebemolition geben ich hab noch 45 ich hab dir genau die Hälfte ich hab dir genau die Hälfte ja na oh mein Gott oh mein Gott nein hab mir mal nie Dreck ja Killing Dreck nach oben Millimeter Millimeter breit war das da oben der eine Typ uuuuuh nein Flo auf geht kommts neain neaj nein oh scheiße hau ab neaj nein neaj spite 1 u Mist Wies